Ich habe, ich freue mich ja, ihr wisst ja, seit über 30 Jahren schreibe ich drüber und das sind so ein Auszug aus meinem Leben. Manche sind autokyografisch, manche sind Geschichten, die mir erzählt wurden, von reichbarer Grabstunden, über die ich dann aufschreibe. Diese Geschichte wurde mir auch erzählt von einem Menschen bei der Autogrammstunde hier bei euch, irgendwo, sagt nicht wo. Ein Mensch, der zu mir kam und sagt, ich sage mal, geht es dir auch manchmal so, wenn du in einer reinen Verziehung bist, dass es manchmal kracht. Da habe ich gesagt, ja klar, wir haben noch nie einen Krachkopf in seiner vielen Verziehung. Der lügt ja hier, alle, keiner hat einen Krachkopf? Nein, er ist der Mutige, er zeigt es auch. Er hat noch nie einen Krachkopf, zu Hause, dass man ein Foto hat. Also, geh du jetzt ins Zimmer, schau, fährst du ja nicht gekochen, noch nie? Schon. Eben. Und wenn man dann ab und zu nur für eine Stunde den eigenen Weg geht, dann vergisst nicht, wo das Schlüssel liegt. Das ist ganz wichtig, wenn das Herz wieder nach Hause kommen würde. Wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank.